Herzlich Willkommen! Ein bisschen was zu sehen für Sie, meine Damen und Herren, bei Vitalant Ichko wird es nachher vielleicht noch ein bisschen mehr eng schnell. Gleich schlüpft er dann in die Handschuhe und wird uns noch ein bisschen was von seinem Können geben. Was geht? 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 Und ich habe schon gesehen, wie er das hier liebt. In dieser Finale-Woche vor dem Kampf, man wird nie so viel trainieren. Den ganzen Trainings-Station auch vor Hinterwiederli.